Das Level habe ich auch lieben gerne mit Didi gespielt. Vor allem die Codierung habe ich auf 30.000 Stimmen. Und der hat eine Codierung von zwischen 14.000, 18.000, 15.000, nebenbei auf 6.000, 17, 20, 21, 19. Kommt ganz schön. Komisch. Aber im grünen Bereich also. Hättest du nicht die Schuhe abstürzen können? Nope. Ich wollte das, glaube ich, jetzt so mindestens ein bisschen weiter schaffen. Nein. Ich finde die Musik voll geil. Hallo? Mastak asafaklak, was willst du von mir? Aber er fährt runter, ne? Aber die Dumme sind. Nein, ich bin behindert! Ja, das bist du. Das stimmt. Oh, diese Reaktion. Nein, da war... Echt? Uah. Ein O. Willy. Nee, nicht Willy. Idiot. Neee. Hab ich ja spiel. Nicht Willy und Idiot. Ach, leck mich doch. Hallo, hallo, hallo. Ich sag da nichts dazu. Stirb. Stirb. Ach, sehr ruhig, Flash. Jetzt sterbe ich. Jetzt sterben. Nein. Ich war zu langsam. Tut du... Bin ich hoch genug gesprungen dadurch. Ach, schon 12 Minuten? Ja. gerke geht das heute schnee muss ja mein fest hin öffnen die alte sau da sollte am besten reinfahren war klar das wird auf das passieren dass ich den falschen treffe noch mal hast schon gedacht aber heute nicht heute nicht mein lieber freund ja habe ja noch gegen fliegen mann denn 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 das steckst du dir ich dachte auch gerade das ist doch irgendwie falsch oder hätte wollte ich aber nicht er ist aber extra gewollt nein man muss auf jeden fall einmal speichern scheiße leistung und leben ich glaube da oben kommt der frank ja ja sicher kack ins gesicht sicher war ich nicht was habe ich hingetroffen war das voll knapp gerade nein warum springst du weiter ja ich dachte du hättest das erste level öfter spielen sollen nicht ich leider noch nicht noch nicht ich würde gerne die augen zu ich weiß von nichts finde die munze auf der tut und bahn ich bin schnell ne ja aber nur leicht auch schade so ungewollt leicht einfach mal runterfallen das ist das beste was passieren kann ne wollte ich eigentlich nicht eigentlich wollte ich das nicht duft hofft hofft die eisenbahn wer will mit nach kölle fahren und ich bin tot ich habe da nicht drauf geachtet schlecht das kam mir so schnell ja hätte ich jetzt auch gesagt ach ja so schnell so geil so geil lass dich zerkleinern komm schon wird jetzt diesmal eine chance nö irgendwie glaube ich kommt zwei bananen noch und dafür nochmal extra abstürzen nö was denn immer so laut klopfen muss mein gott ey ich habe mich schon gewundert was hat geklopft es war ein benni ja wie immer aber extrem laut ach fuck das war doch kacke jetzt nein das war doppelkacke jetzt spring nicht hättest du weil du noch in dem unbesiegbarkeit modus warst ja ich weiß ach wie soll ich die folge nennen sumpf des wahnsins ja genau in dem moment zeichen nein mit ihm wieder keiner was zu tun haben nein wie nein ich wollte doch eben nein zu dir ja aber das ist doch passend geteilt worden hast du es nicht gemerkt ja irgendwie ja aber ich kann doch ein ne ich kann mir aber gleich noch ein leben holen siehst du das irgendwie nein kannst du nicht hallo bahn treffen lassen ne doch doch mir ein leben holen nein noch ich möchte ja nicht miese machen hier du brauchst kein Leben wusch so schnell wusch einen hast du vergessen boah soll ich jetzt extra zurückfahren oder was klar oh das war ein bisschen zu schnell das war ein bisschen das war ein bisschen russerfreund dabei ach ja dün 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 so und da was wollen wir eigentlich danach machen weiss ich nicht weiss ich nicht ja yeah er ist gestorben mann was denn warum sterbe ich denn warum sterbe ich denn weiss er nicht das ist voll mein lieblingslevel und ich sterb da nein mein lieblingslevel kommt eigentlich ganz ganz spät hallo boah der hätte dich jetzt voll treffen müssen die sau nö hat er dich nicht du willst immer dass ich geklappt bin du willst einfach ich will einfach dass du stirbst also klappst du irgendwie damit ja ich sage nichts was denn wohl vielleicht hüpf auf mein kopf sagt der kroko kroko doko 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 dass schlimm in diesem level kannst du eigentlich kaum wechseln nur an manchen stellen naja die kommt nicht weit mein herr und somf des wahnsinns sage ich ja jetzt habe ich vielleicht gesagt er ist der herr er darf bestimmen welche folgen nicht hätte sagen müssen ja kann man verstehen aber ich hab da auch keine lust zu ja sicherlich wie viel sollen wir denn noch aufnehmen dann sind wir schon voll bescheuert nein bin ich nicht so much oh definitiv warum weiß ich nicht na vielleicht vielleicht auch nicht das ist ja die frage